Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir die neue Frequenz Beyond Illusion vorstellen. Beyond Illusion bedeutet ja hinter der Illusion. Und diese Frequenz erweitert deinen Bewusstseinszustand. Das ist also eine Frequenz, die eine Stunde lang dauert, die dich aber in eine sehr, sehr, sehr tiefe Trance hineinführt. Er hat drei Phasen. Die erste Phase ist sozusagen die Einstimmungsphase. Die zweite Phase ist die Phase der Vertiefung und Versenkung. Und die dritte Phase ist dann die Phase der erweiterten Bewusstseinswahrnehmung. Und es ist sehr, sehr spannend, weil es ist eine ganz neue Art von Musik, die ist mit Synthesizern gemacht, mit verschiedenen Geräten, die ich da entwickelt habe, mit Rauschen und einer 3D-Dissoziation, die noch im Hintergrund läuft. Die ganze Musik ist auch in 3D. Und wenn du sie hörst, diese Frequenz, dann wirst du merken, so ab der Hälfte, wie sich etwas verändert. Und wenn du dann zum letzten Drittel kommst, dann wirst du merken, wie plötzlich das Dunkle, was du siehst, in deinen Augen verschwindet, wie Bilder kommen, Visionen kommen und so weiter. Falls es nicht beim ersten Mal kommt, hörst du einfach regelmäßiger, hörst zu einer anderen Uhrzeit an, dass dein Melatonin und Selatonin im Spiegel richtig angepasst ist. Und dann wirst du merken, wie plötzlich dann etwas passiert. Also lass dich auf jeden Fall überraschen, was in dieser Frequenz passiert. Wie gesagt, der Sinn dieser Frequenz ist es, dich in einen Zustand zu führen, dass du hinter die Illusion blicken kannst, hinter den dunklen Vorhang, wenn deine Augen zu sind. In diesem Sinne kannst du die Frequenz übrigens auch kostenlos testen. Einfach die Brainwave 3D App herunterladen auf der Webseite brainwave3d.app und dort einfach runterladen, kostenlos und dann kannst du sieben Tage lang einfach kostenlos testen. Und dann sehen wir viel Freude mit der Beyond Illusion und wir sehen uns im nächsten Video wieder.